Moin, wir haben eine Zuschrift bekommen aus Ludwigsfelde. Und zwar stellt uns Rainer K. eine sehr philosophische Frage. Sehr geehrte Damen und Herren, unsere Gesellschaft befindet sich im Wandel und bewegt sich im Eiltempo in Richtung Zukunft. Wie zukunftsorientiert ist der RBB? Wir haben eine ganz neuartige Technik in der Pipeline. Ab 2021 kann man per Code den Videorekorder beauftragen, die jeweilige Sendung des Zuschauers aufzunehmen. Ich will mich aber noch nicht festlegen. Vielleicht wird es auch erst 2022, weil der RBB stellt gerade auf Windows 95 um. RBB, wir kümmern uns. RBB. hectaus. RBB! Schindler, Untertitelung. BR 2018